Ja Leute, ihr seht es richtig, es sind ganze drei Videos heute innerhalb von ein, zwei Stunden online gekommen auf meinem Kanal. Das war alles nicht geplant, ich hatte für heute nur ein einziges Video hochzuladen, dann wurden es zwei. Und dieses Video ist gerade das spontanste Video, was ich hochlade. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wieso lade ich denn dieses Video hoch? Der liebe Senator, Senat Gashi, hat sich nicht mal drei Minuten, nachdem ich meinen Upload hochgeladen habe über ihn, Senat Gashi ist ein Verräter, sich bei mir gemeldet. Und das höchstpersönlich. Das Ganze wird sehr schmutzig, sehr ekelhaft und sehr krank. Deshalb, bis zum Ende dranbleiben und mir ganz genau zuhören, was ich heute in meinem Video sagen werde. Und speziell du, lieber Senator, der wahrscheinlich älter ist als keine Ahnung was, aber sich verhaltet wie das letzte kleine Kind. Ab geht's mit einer neuen Folge, die Goofies. Ich habe heute das erste Video hochgeladen, circa um halb neun, neun ungefähr um diesen Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich gucke auf meinem Handy und sehe, ich habe eine Nachricht. Wer ist es? Der Senat Gashi selber. Der sich bei mir meldet und schreibt, gib mal deine Nummer. Jetzt mal Real Talk. Denkst du, ich werde dir meine Nummer schicken? Du hast mich auf Instagram, Digga. Egal, was du für mich haben willst, schreib mir auf Instagram. Gib mal deine Nummer. So auf Digga, komm, ich rufe dich an, so auf Arafat Style. Ich rufe dich an, komm, gib mir deine Nummer. Habibi, wir sind keine Homies, Momies. Zweitens habe ich gerade ein Video gegen dich gemacht und das gesagt, was sich kein anderer traut. Oder nicht auf YouTube traut. Weil viele trauen sich auf Instagram und in den Kommentaren das zu sagen, was ich gesagt habe. Aber keine Sorge, Freunde, wir gehen Schritt für Schritt alles durch. Er hat mir geschrieben, gib mal deine Nummer. Ich habe diese Nachricht ignoriert und habe am zweiten Video geschnitten, was dann online gekommen ist. Okay? Passt. Auf einmal schickt mir ein Abonnent ein Screenshot, dass Senat Gashi mich in seiner Story hat. Ich denke mir so, okay, er hat mich in seiner Story, was ist genau, was ist los? Jetzt passt mal auf, was er gemacht hat. Jetzt, das wird krank, guckt mal. Schaut mal, was er in seiner Story hat. Wir reden über einen Mann, der knapp 40 ist. Dieser Mann hat normalerweise Kinder, ja. Aber ist egal, ist egal. Was hat er in seiner Story geschrieben? Brauche Nummer und Adresse von diesem sympathischen Bruder. Gibt auch Belohnung. Und blendet meine ersten drei Chats. Vorab, die drei ersten Chats waren ganz liebe Nachrichten, weil ihr müsst euch vorstellen. Ich habe nicht gewusst, dass er was mit Senat Gashi zu tun hat. Ich dachte, er hat sich getrennt von ihm etc. Und ich habe ihm gesagt, ey, yo Bro, wie wäre es, wenn ich auf deine Videos reagiere? So oft ganz normal, ja. Ich dachte, der Senator, weil er sich auch über Senat Gashi lustig gemacht hat, hat nichts mit Senat Gashi zu tun. Ich wusste nicht, dass er wie Amar am Lutschen ist. Und ja, lieber Amar, auch du lutscht. Aber das ist alles nicht, naja, gar kein Problem. Wenn wir jetzt genau darauf eingehen, ist es erstens mal Kopfgeld auf mich, Digga. Du setzt Kopfgeld auf mich. Wer meine Adresse oder meine Nummer dir bringt, kriegt eine Belohnung. Du setzt Kopfgeld auf mich, Digga. Weißt du, lieber Senat Gashi, dass du dich somit mega strafbar machst? Digga, du gehst auf meine Privatsphäre hinein. Du willst meine Adresse, du willst meine Nummer. Nur weil ich dir nicht geantwortet habe, gehst du in die Story und postest diese Story vor eine Million. Du hast dir ja fast eine Million Abonnenten. Aber natürlich sind das alles Fake-Abonnenten. Wir brauchen darüber nicht reden, ja. Ist egal, Digga. Digga, ich gönne dir deine eine Million Abonnenten. Sollst du ruhig haben auf Instagram. Und so eine Story postet. Und es gibt eine Belohnung. Digga, bist du noch normal in deinem Kopf? Und ich glaube, du hast vergessen, was wir gemeinsam im Chat geschrieben oder geredet haben. Digga, ich weiß, dass man auf Instagram Nachrichten zurückrufen kann. Aber ich bin ja nicht Georg, wenn ich die ganzen Nachrichten schon auf meinem Handy habe. Und du hast da sehr viel ausgepackt. Über gewisse Menschen und über gewisse Unternehmen, sagen wir mal so. Und hast darum gebeten, bitte Georg, veröffentliche nichts. Okay, ich vertraue dir. Und ich habe dir mein Wort gegeben. Deshalb poste ich bis heute nichts. Ich könnte dich in einer Sekunde platt machen und dich so exposen mit deiner Stimme, mit deinen Aufnahmen, wo du über Veranstaltungen redest und über sie auspackst, die dir eine Plattform geben, übrigens, mein lieber Freund. Ich könnte dich in einer Sekunde auseinandernehmen. Also lehn dich nicht so sehr aus dem Fenster, nur weil du vielleicht machen kannst, Digga. Ich habe keine Angst vor dir. Keine Angst vor Sinan, keine Angst vor Amar, keine Angst auch von dir, lieber Senator. Weil du gehörst auch zu dieser Bande dazu, der wegen Promoting und ein paar Klicks und ein bisschen Geld seine Seele verkauft hat. Aber im Endeffekt redest du mehr als seine Frau, Digga. Guck dir mal unseren Chatverlauf an, wie viele Aufnahmen du mir geschickt hast und wie lange du geredet hast. Und ich habe bis jetzt nichts veröffentlicht. Obwohl ich jetzt in der Zeit, wo ich gerade bin, eigentlich alles veröffentlichen sollte. Alles, was du über Veranstaltungen ausgepackt hast, könnte ich veröffentlichen. Weil wenn du so schmutzig kommst und Kopfgeld auf mich setzt und meine Adresse sehen, Digga, bist du doch krank, Digga. Der ist krank im Kopf. Der Mann ist bald 40 und wieder nichts. Gucken wir uns mal an, du hast vor 2-3 Tagen den letzten Post auf Instagram gepostet. Gucken wir uns mal die Top-Kommentare an. Ich glaube, ich brauche darüber gar nichts sagen, oder? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerade mega enttäuscht von dir ist und dich als einen Menschen sieht, der seine eigene Seele verkauft hat, um ein paar Klicks zu bekommen. Weil er sieht, dass es bei ihm nicht läuft. Im Endeffekt, lieber Senat Gashi. Such nach meiner Adresse. Versuch meine Nummer rauszubekommen. Mach alles, was du willst. Und sorry, lieber Senat, wenn ich das sagen darf. Du gehörst auch mittlerweile zu dieser Gruppe. Zu dieser Gang. Nennen wir sie wie? Der liebe Bösemann genannt hat. Pädo-Gang, Digga. Und ja, lieber Senat, schau dir meine Videos an. In alter Frische, so hinter der Kamera. Guck dir alles an. Ja, aber nee, nee. Äußern traust du dich nicht. Amar äußert sich. Senat äußert sich. Ruth äußert sich über mich. Aber du versteckst dich. Weil du ganz genau weißt, dass du keine Chance gegen mich hast, wenn du ein Video gegen mich machst. Gar keine Chance. Du kannst wieder, lieber Senat, nach meiner Adresse, nach meiner Nummer suchen, drohen, mich jagen. Du kannst mal tun und machen, was du willst. Aber versuch mal ein Video zu machen. Probier, mein lieber Freund. Probiert alle. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Habibi. Die Oktivirami, wir sind am Start. Zeig denen, wie aktiv wir sind. Senat, komm her! Mach ein Video. Sei ein Mann, nicht Adresse und Nummer. Weil du ganz genau weißt, du bist ein Profiboxer. Ich habe keine Chance gegen dich beim Boxen. Aber komm mit Argumenten. Mach ein Video. Argumentier. Sei ein Mann. Du bist doppelt so alt wie ich, Digga. Und ich glaube, und die Leute können das da draußen sagen, verhalte ich mich mittlerweile reifer als du. Und das ist traurig, dass ich halb so alt bin wie du, aber reifer bin als du, Digga. In diesem Sinne, meine lieben Damen und Herren, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020